Ja, und somit wieder ein recht herzliches Hallo zu Raceroom Experience hier auf meinem Kanal. Diesmal habe ich mir die WTCC 2016 zugelegt und jetzt auch Let's Playen. Dadurch ja der Volvo auch relativ neu ist und macht heute setze ich mich mal in den Volvo rein. Ja, der Kollege mit dem 81, mit dem bin ich jetzt unterwegs. Dann haben wir noch zwei Teamkollegen. Ja, der Kollege Frederik Eckblom und Ted Björk. Das meine zwei Teamkollegen. Mich hört es aus hier im ersten Quali. Wir sind wieder traditionell am Norris Ring unterwegs und ich habe diesmal, ich glaube, elf Rennen eingestellt, weil ich glaube, das könnte relativ cool werden. Abbrechen können wir es ja noch immer. So, Robert Michalis auf seinem Honda ist hier ganz vorne auf der Pole. Hugo Valente jetzt gerade reingefahren anscheinend mit seinem Lada. Tom Chilton, Rob Half. Ich weiß nicht, wer sonst eigentlich hier noch vorne mit dabei wäre oder ob das eh halbwegs passt. Am Norris Ring ein bisschen schwierig, weil da der eine oder andere Mann dann immer wieder aufläuft auch. Relativ schnellweise, relativ kurzer Grand Prix. Da sind wir schon sechster, Benane. Ja, bevor wir noch weiter zurückfallen, beenden wir hier mal den Durchgang und starten wir mal. Hier am Norris Ring. Ja, was ist noch neu? Ich werde die Meisterschaft mit Handschaltung fahren. Also manuell. Am Lenkrad hinten mit den Wippen. Das ist für mich ein kleiner Schwierigkeitsbonus. Oder Schwierigkeitslevel, das ein bisschen höher jetzt ist bei mir. Ja, im Volvo S60 Polestar DC1. Das ist unser Fahrzeug, Freunde. Hier sehen wir nochmal die Aufstellung und die Autos. Ja, Valente. Gar nicht gedacht hier mit seinem Lada. Gut unterwegs vorne. Michilis, der Ungar. Dann haben wir Tom Chilton und Benani. Rob Huff, seinem Honda und wir hier mit unserem Volvo Startplatz 6. Nagi. Schöne Lackierung. Niki Katzberg. Auch mit seinem Lada. Und Eggblom und Philippi hier die Top 10. Jo. Ah, jetzt geht's los. Ja, jetzt kann ich selber schalten. Danke. So, keiner schuft mich an. Nein. P6 einmal. Behalt nur, um Gottes Willen. Schönen Gruß vom Betriebe. Gleich in der ersten Runde hier mal. Haha, geil. Nicht den Begrenzer rein, vor lauter Aufregung. Schöner Gruß hier vom Getriebe natürlich. Das wird mir noch das öftere passieren. Ah, ich werde dann hier schon ein bisschen besser reinkommen, glaube ich auch, mit der Zeit. Oh, was ist denn mit ihm schon wieder los hier? Da machen wir gleich einmal eine kurze Rennanalyse. So, wir schauen das Ganze wieder von hinten an. Aber wie wir wissen. Ah, da schupft er mich einfach rüber. Ja, 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 ja. Alles klar. Kollege Katzberg hier. Dann werden wir uns zurückkämpfen. Wo ist er? Ah, neben mir anscheinend nicht. Alles klar. So, Rob Hafter vor uns. Kommen wir da noch einmal ran. Eckblom hinter unser Teamkollege. Sehr nice. Auch mit seinem Volvo. Das könnte eine witzige Saison werden. Die eine oder andere neue Strecke wäre auch dabei. Lass euch überraschen. Versuchen wir es mal. Boah, wo ist er? Ja, wenn wir da hinten sind, passt das eigentlich ganz gut. Da sind wir schon immerhin fünf da. Elf Rennen, ja. Mal schauen, dass wir hier ganz vorne mit dabei sind. Gleich am ersten Rennen wieder. Michaelis ist noch erster und hat auch gleich die schnellste Runde. Soll ich mal Gemka fahren? Bin ich mir überlegen, ob man, ja, Moris Ring könnte relativ eng werden mit den Gemkas. Testen werde ich es mal auf jeden Fall. Benadi jetzt vor uns. Und Valente? Testen werde ich es mal auf jeden Fall. Testen werde ich es mal auf jeden Fall finden. Müssen wir aufpassen. Schilden auf der Zwei mit der schnellsten Runde. Ja, da ist er nicht. Da kann er uns nicht angreifen. Zum Glück haben wir unsere Stärken. Müssen wir hier mit der ersten raus? Ich weiß es nicht. Ah, keine Experimente. Ja, da ist er nicht angreifen. Ja, da ist er nicht angreifen. Wir haben es nicht angreifen. Wir haben es nicht angreifen. Aber da haben wir keinen Einfluss. Das ist fix, glaube ich, vorgegeben, als ich gesehen habe. Wollen Sie sich nicht angreifen? Ja, da sind wir nicht angreifen. Da ist es nicht angreifen. Und dann werden wir die Wunschel-Höden. Und dann können wir ihnen auch nicht angreifen. Die Wunschel-Höden. Das ist eine Stärken-Höden. Du meinst, ich habe es gerne. Da kommt ein bisschen ins Trudeln vorne, Benani. Aber das können wir leider nicht ausnutzen. Mit dem Citroën auch ein gutes Fahrzeug, glaube ich. Gut. Das hier muss nochmal ganz schnell in der Wiederholung reinziehen. Da haben wir es probiert. Dann hat er aber sehr gut gekontert. Jawohl, wunderbar. Passt. Da hat er genau umgeschalten. Das wird sicher eine interessante Meisterschaft hier. Wenn ich mich nicht verdrück, bzw. der Speicherstand wieder verschwindet, aber theoretisch sollte jetzt alles passen. Okay. Hier wäre definitiv der erste Gang besser gewesen. Alles klar. Ja, da haben wir noch ein paar kleine Nachteile, wenn ich schalten. Das ist noch nicht so in... Du, wie man sieht, in Fleisch und Blut übergegangen. Vor allem, hier muss ich mich noch mehr konzentrieren. Bezüglich reden. Ja, Rob Half nach hinten... Ja, kann auch nicht viel schneller mehr. Hat er auch schon langsam seine Pulver verschossen, glaube ich. Erster Gang, ja, definitiv. Erster Gang, ja, definitiv. Ob es dann so viel bringt, weiß man nicht. Ja, ich habe mit der ersten jetzt versucht, aber... Ob es dann so viel bringt, weiß man nicht. Bis zum ersten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht. Das ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, was ist da? Die beiden fighten da. Okay, 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 okay. Michael ist trotzdem noch immer erst da. Ah, jetzt wird er mal mit der zweiten probiert. Sogar eine Runde, oder? Ah, könnten sogar zwei noch werden. Widerste ist die Runde von uns. Oh nein, jetzt hätte ich können. Ah, ich depp. Da wird was gegangen. Shit. Ja, gut. Von so weit hinten haben wir nicht gedacht, dass da irgendwas nur möglich wäre. Man muss es immer anscheinend... Oder man muss immer noch mit ein bisschen rechnen. Insgeheim. Ja, jetzt sind wir leider auch wieder hier zu weit weg. Letzte Chance. Und letzte Runde. Oh, abgestorben. Oi, oi, oi. Der Leerlauf runter. Oi, oi, oi. Das kann auch passieren hier. Ja, letzte Runde. Ah, da sind meine Schaltung nicht mehr drin gewesen. Ohne Schaltung wahrscheinlich. Wär's sicher ein bisschen besser gegangen. Aber ja, das wird die neue Challenge. So, Freunde. Wo sind wir denn da? Ziehen wir uns eine Runde rein, oder? So von außen ein bisschen. Ja, Benane, Valente und dann wir. Ja, der Grafisch schaut da schon sehr nice aus. Auch der Volvo gefällt mir echt gut. Hinten die LED-Beleuchtung, ja. Von vorne auch nice. Da gibt es nicht wirklich was zu meckern. Ja, das ist ja auch. Ja, da haben wir sich verdiegen und dann sind wir noch... Oder war das die letzte Runde? Ich weiß gar nicht. Ah, nein, das war weiter vorne. Okay. Passt. Boah, nochmal aufs Gas steigen. Jo, und das war's für uns. Norbert Michaelis gewinnt im Honda Racing Team JAS. Ich hoffe, soweit hat's euch auch gefallen, auch in meinen leichten Problemen beim Schalten. Und selber vielleicht, ja, Dritter vielleicht wäre sich ausgegangen. Aber das passt schon so, glaube ich. Ich, Kollege Björk, der 16. Der 18. Eckblom. Jo, punktemäßig. Haben wir schon einmal 10. Drauf. Immerhin. Gut, da gehen wir hier wieder auf Beenden. Das geht ein bisschen schneller. Und jetzt Spoiler. Nächstes Mal Zolder. Hungauering. Laguna Seca. Midohio. Moscow Raceway. Die Short-Variante. Ausschussleben. Portimao. Salzburgring. Spa-Francorchamps. und Shanghai-Circuit. Die volle Grand Prix-Strecke. Auch hier bei Spa. Das also unsere 11 Runden bei WTCC 2016 mit dem Volvo S60. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid jetzt weiter mit dabei bei der Serie. Und wir sehen uns dann demnächst hier beim nächsten Rennen, im zweiten Rennen in Solda. Danke. Ciao, ciao. Ciao.